Auf dem Bild sehe ich Feuer. Das Bild zeigt einen großen Hausbrand. Flammen schlagen aus dem Fenster in der Mitte. Schwarzer Rauch und Qualm steigen zum Himmel empor. Auf der linken Seite sehe ich einen Nachbarn. Er hat das Fenster geöffnet und schaut nach draußen. Sicher hat er große Angst. Vielleicht hat er Schreie gehört, das Feuer gesehen und die Feuerwehr gerufen. Ein Feuerwehrmann steigt die Leiter zu dem Feuer hoch. Er ist die Leiter zu dem Feuer hochgestiegen. Der Feuerwehrmann trägt Schutzkleidung. Er hat einen Schutzhelm auf dem Kopf. Und er trägt Handschuhe. Er rettet ein Mädchen aus den Flammen. Er hat soeben ein Mädchen aus den Flammen gerettet. Vielleicht ist es noch recht früh. Ich glaube, das Mädchen trägt ein Nachthemd und Hausschuhe. Das Mädchen verliert einen Schuh bei der Rettung. Das Mädchen hat sehr viel Glück gehabt. Die Rettung war erfolgreich. Jetzt muss nur noch der Nachbar gerettet werden. Der Feuerwehrmann wird auch ihm sicher so schnell wie möglich helfen. Und ich versuche ihn nicht kurz zu spüren. Aber es wurde in Berlin geöffnet. Wenn es in Berlin geöffnet wurde, dann ist es einfach so gut, denn ich bajo meine Augen. Ich bitte gleich, aber es ist ein Falz das! Bis zum nächsten Mal.